Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr schon im Titel seht, geht es heute um die Mikro-MG. Das letzte Video mit der Mikro-MG ist ein paar Monate schon her. Jetzt noch ganz kurz zur Mikro-MG. Wir schauen uns gleich an, wie ich sie spiele. Aber zuerst möchte ich noch was sagen. Eigentlich, wenn man mit der Mikro-MG umgehen kann, dann ist wirklich die Mikro-MG eigentlich besser wie die VMP. Aber die Mikro-MG fuckt einfach nicht so hart ab im Multiplayer wie die VMP. Das liegt einfach daran, weil mehr Leute die VMP spielen. Und wenn man bei der Mikro-MG nicht so lange zockt und auch direkt nach dem ersten Game sagt, nee, das ist keine Waffe für mich, dann, ja, das machen halt die meisten. Und dann passiert es halt, dass die Waffe keiner spielt, obwohl die eigentlich, wenn man damit recht gut ist, dann einfach viel besser wie die VMP ist. Jetzt noch ganz kurz zum Gameplay. Das war die erste Runde an diesem Tag mit der Mikro-MG. Also das war wirklich mein erstes Game pro Tag. Und ich muss wirklich sagen, es ist absolut krank, diese Waffe. Die ist einfach so leicht, beziehungsweise wir haben ja auch auf Newtown gespielt. Da ist ja das alles ein bisschen leichter mit MPs zu spielen und vor allem dann mit der Mikro-MG noch. Aber die Waffe ist wirklich absolut krank und viel zu stark. So, ich habe jetzt hier noch ein älteres Video. Hier seht ihr die Waffenklasse. Ich verlinke euch mal alle Mikro-MG-Videos hier oben irgendwo. Ich habe das sicher ein paar gemacht. Ich verlinke euch die oben, wenn ihr euch die anschauen wollt. Da ist sicher ein paar Newks und so weiter dabei. Eher zu ganz kurz der Waffenklasse. Ich spiele die Mikro-MG noch immer mit Magazinerweiterung 1 und 2. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das spielt. Das ist das Wichtigste bei der Waffe. Und auch der Schnellfeuer, dass ihr noch schneller die Gegner droppt, ist auch eigentlich sehr wichtig. Und dieser Griff, ja dieser Griff bedeutet einfach, wenn du anvisierst, hast du keinen Rückstoß oder weniger Rückstoß einfach nur. Du hast trotzdem natürlich einen Rückstoß. Und dann gibt es noch einen anderen Griff. Ja, da gibt es noch einen anderen Griff, der heißt Stabilergriff. Der ist einfach dafür gedacht, dass du besser aus der Hüfte schießen kannst und weniger Rückstoß hast. Aber ich spiele mit der Mikro-MG auch immer nur. Also ich visiere einfach nur immer nur an und ich schieße nicht so oft aus der Hüfte. Ja, und deswegen spiele ich genau diesen, sage ich mal, normalen Griff. Dann habe ich hier noch Stim, Blünderer und Gung-Ho. Ja, Blünderer könnt ihr natürlich sofort austauschen zur Kugelserie Weste. Da habe ich noch mit Blünderer gespielt und ein paar Mal mit Kugelserie Weste, weil halt die Munition sehr, sehr, sehr schnell weggeht. Und Gung-Ho ist da wichtig, Teilengewandtheit oder sowas nehmen. Bei dieser Waffe wirklich Gung-Ho verwenden. Das Ding ist halt, ihr schießt zwei, drei Leute ab oder vielleicht nur einen. Das Nachland dauert wirklich sehr lang und im Nachland könnt ihr dann sprinten durch Gung-Ho. Also ganz, ganz wichtig ist Gung-Ho bei dieser Waffe. Ja, danke auf jeden Fall, dass die letzten Videos wirklich sehr gut angekommen sind bei euch. Ja, und auch wenn euch dieses Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf Twitch, der Link ist in der Videobeschreibung und da würde ich sagen, let's go mit dem Video. Nee, also ich möchte jetzt auf jeden Fall mit Mikro eine Nuke machen, aber danach... Ja doch, mit Zaug, natürlich doch. Und mit der war ich eine Nuke. Tessi, alles. Oha! Alter, bin ich so spät. Ah, ich rauf, Digga, ich bin auf. Nein, okay, nein, ich bin normal. Komm mit, komm mit, Digga. Ich und Tobi alleine in der Mitte, wir machen wieder alles. Wie soll ich beim gehen? Digga, alleine in der Mitte schon wieder, Digga. Ohne Mates, Digga. Wieder Solo-Plane. Spielen wir ein bisschen Solo wieder. Bisschen Solo, schreibe ich in den Titel. Alter! Bisschen Solo auf Nuke, Daniel. Das ist so geil, wenn man 100 Punkte bekommt. Habt ihr Munition? Ja, Flo, warte. Oh, ich bin so fett. Hä? Habt ihr da mal einen Gegner? Nein, die sind jetzt nicht so spät. Ja, wow, Digga, jetzt muss ich Mikro spielen. Spielen alle Mikro im Gegner-Team. Pass auf. Jemand, ich glaube, ich... Ja, mit dem. Digga, unten links nur Mikro, Digga. What the fuck? Was ist das für ein Lobby? Ich spiel alle nur Mikro. Digga, ich mach mir dann auch auf den Info, Schatz. Ganz lustig, Digga. Ja, das ist voll lustig, die Mikro im Gegner-Team. Wieder Angst bekommen, Big. Feuerbreak. Digga, der Schleier ist schon wieder ein Todesstoß für mich. Ja, ist er weg. Kommt ihr vor, ich bin... Ich bin noch nie mal Red, übrigens. Ja. So, weil die einfach durchgehen, deshalb. Ich hab den unten. Ich hab wenigstens Streaks. Ich hab jetzt gar keinen Bock auf eine Challenge. Ich hab jetzt einfach mal Bock, gechillt zu zocken. Ich hab die letzten Wochen schon so hässliche Challenges machen müssen. Aber wenn die geil ist, die Challenges, dann mach ich sie natürlich. So, eine rum. Wir verlieren, aha, alles gut. Also, aber sie sieht richtig geil aus, eigentlich. Digga, Mikro-MG ist ja anders. Klar. Ist auch eine DLC-Waffe. Ja, die Geier sind schön. Ohne raus. Komm mal wieder Red, Leute. Ich bin allein Red. Ich bin gleich auf Zwanziger. Aber es ist ein Gegner-Green, glaube ich, oder? Ja, einer ist hoch, glaube ich. Ach, Digga, du Mose-Fitz-Nelke, man. Man, ein Schott ohne. Kommt wieder Red. Ich bin Solo-Red. Ja, ich fang. Das Game popped da so hart, Alter. Ich bin gleich auf Zwanziger. Hä? Ja, Mikro-Tee halt. Aber früher, ich würde das... Ohne, einmal auf die Flanke. Oh mein Gott, jetzt Red kommen selber herauf. Ich geh mal weg von da. Gegen Deutsch, ist es nicht so wichtig. Ich hau meine Streaks noch nicht mehr raus, jetzt. Ja. Wolle ich vielleicht schon mal Red? Ich bin Red. Oh mein Gott, du bist so. Ich habe ihn oben, ich habe ihn oben. Ist das brutal? Nein, nein, alles gut. Oh mein Gott, unten. Ich muss da weg, glaube ich. Ich habe den. Ich habe den. Das ist ein Franzose. Er hat den so Pagetti gemacht. Alpha verlieren wir es mit A. Ja, aber A hat das. Oh mein Gott, ich bin auf Zwanziger. Einer spielt Bandshot kann, glaube ich, jetzt. Ja, ja. Der Franzose ist ja... Der Franzose gerade ist nicht mehr. Egal, egal. Oh mein Gott. 11.3. Ohne, ich habe er nachgeuert. 11.3. Aber ich habe Streaks draußen. Vielleicht quitten die. Nee, nee, die sind alle im Haus. Schau es dir an. Sechs Leute im Haus. Ist so, Digga. Ich habe erst mal noch kein Gegner gesehen. Kacke in der Huse gehabt. Ja, Digga. Gute Stimme. Wie alle. Ich bin drin. Was hier? Was ist denn? Was ist denn so raus? Digga, mein Einsatzteam. Oh, das hat gerade sechs Spiels gemacht. Nein. Habe ich, habe ich. Ich geh vor. Was? Wie viel Leber lebt der? Hä, was war das schon wieder für den Tag? Nein, nein. Aber der hat überlebt. Ich bin oben green. Zu dritt. Oh, fuck. Jetzt bin ich weg. Nuke. Let's go. Erste Runde direkt nuke. Erste Runde direkt nuke, alter. Nice. Erste Runde, Digga. Direkt den nuke. Was willst du gegen die Waffe machen, Alter? Schau dir an, Digga. Schau dir an, was ich machen kann. Ich muss nur R2 drücken. Erster Versuch nuke. Ist ja nicht so, dass es hier zu schwer wäre, gerade den nuke zu machen. Weißt du? Oh mein Gott, nein, nein, ich nehm noch hin. Nee, 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 die Ding nicht. Die müssen einnehmen, die Gegner dann. Du kannst ja noch auf 100 Fluss gehen. Ja, das sollte ich noch schaffen. Eigentlich. Ich meine, ihr dürft nichts einnehmen mehr. Ja, das ist weil... Das ist weil wir im Mail zeigen. Ja, das war Ali. Oder das ist 50er KW. Das ist 50er KW. Das war, glaube ich. Er spielt Chate. Vielleicht hat sich das gescheitert. Was, bin ich tot? Oh Gott sei Dank, bin ich von denen erst jetzt gestorben. Wirklich. Habe ich ein bisschen Glück. Egal, dieser Arthur, du hässliches Familienvater. Okay, das macht keinen Sinn, aber egal. Ah, zwei Gegner noch. Schaff ich 100 Fluss nicht wegen denen. Aber Arthur bleibt drin, der Familienvater, digga. Er hat jetzt ja nur 8 Kindern. Ah, mein eins braucht noch. Hä? Habe ich keinen... Eins für uns hat er versucht. Nein. So, du kennst hier noch Zwilux, oder? Ja. Ich habe mit denen zwei Mono angemacht. Haben ihn blockiert. Ich habe ihm eh gesagt. Aber der ist dann nicht ganz, wenn ich auch gesagt habe. Was hat er gesagt, du verlierst bei dir bei Ausatmen? Er hat gesagt, dass...